JOSKRILDRABIDHARD Was gerappt, Leute? Vielleicht habt ihr in den Kommentar gesehen, dass zwei Parts von Minecraft verloren gegangen sind, weil es verkackte Flaps hier select und zwei Folgen nicht ausgenommen hat, aber meine Stimme nicht, vielleicht schneide ich sie ein bisschen schneller zusammen, dass man das kurz sieht, was ich alles gemacht habe. Auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt, was ich gemacht habe. Erstmal hier so einen Weg hier runter, wo wir dann eine fette Mine gefunden haben, wo wir schon etwas Eisen und so abgebaut haben, Eisen und Diamanten und so. Jaha, nichts Wichtiges. Nein, nur Eisen. Und etwas Kohle. Und wir haben angefangen mit Holzer packen und Holz anbauen und vielleicht können wir sehen, ja, hier unten ist ein kleines Häuschen mit einer Farm, wo das Holz ausgegangen ist. und das machen wir jetzt nach und... Und... Wollt ihr mich verarschen? HAH? 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 Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Ähm... Hmhmhmhm. brauchen wir das hier gleich hier wir machen jetzt bei unserer Farm weiter und hoffentlich nehmen das meine Stimme auf sonst bin ich wieder der angeschwene ja bin ich wieder der Idiot der keine Steinachs bauen kann nur Spitzhacken ja machen wir mal hier die ganzen Bäume wieder mal ab haben wir eh noch nie gemacht ich liebe Minecraft in letzter Zeit so sehr und ich liebe auch Letzping in letzter Zeit so sehr ach so das heißt ja du das leckt ziemlich weil es online ist und da habe ich etwas das Problem dass das immer so leckt deswegen wenn ich noch ein paar Probeaufnahme machen und die vielleicht auch hochladen mhm das hat mir die Bäume ab bach die Fräume einbrüche die Nerven so extremst ja hat man das klicken hat wie ist es gegangen wie ist es wie ist es wie ist es mhm mhm wie habe ich das hinbekommen letztens sein mhm Samplings können wir gleich wieder hier so ein paar tausend tränzen und die Minecraft Musik naja gehen wir mal hier runter zu unseren kleinen Häuschen Prozent und machen hier mal zu Mittelfen fahren ich habe auch hier ehemalig ist viel er hätte die Handwerks können wir hier sehen ja wir sind Scheißdrektor was sind freindlich Na, es war schon mal besser hier. Ich starte hier mal ganz kurz noch eine neue Aufnahme. Und zwar jetzt. So, und jetzt hoffen wir, dass es hier besser wird. Ja. Diese scheiß Raps hier. Warte, ich muss hier bis in den Kreis laufen. Hm, es geht. Man kann spielen, sagen wir so. So, hat es gemacht hier. Wie ist das gewesen? Mach mal so. Und jetzt brauchen wir... Wow, wow! Wow, wow! Wunderfad, wumm! Hör! Wie ist das, wie ist das? Wunderfad! Wie ist das gegangen? Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss nur noch mal den Optionen nachschauen. Das machen wir mal hier zu. Das ist ein Dreck hier. Alter! Ohne Scheiß. So, sacken wir das hier weg. Und waren hier uns auch in den Ofen hin, denn... Ohne Ofen, bedeutet das... Keine Legs. Ja. Ähm... Gibt es hier irgendwo ganz schnell Kohle? Brauche ich den Legs nicht nach hinten laufen. Obwohl die Steinspitze... 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 Die Steinspitze-Sacke ist uns nicht mal so ungelegen gekommen, jetzt. Was gibt es denn hier unten? Aha. Aha. Lol. 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 mich nervt ist etwas das das wir mal ein paar Parts verlieren von meinen Minecraft Folgen es sind schon drei insgesamte Folgen drei ganze Folgen ich liebe es ich liebe es einfach so sehr Minecraft machen wir es auch nicht weg hier weil sonst ich mir irgendwann mal die habe ich nie weg gehauen warum habe ich die noch nicht weg gehackt ja und dann fällt mir es ein dass ich es dann noch machen muss und dann völlig zu viel Zeit obwohl mir ist eigentlich egal ich bin ja nicht YouTube Partner oder so das haben wir auch eine kleine Höhle oder aufwege ich jetzt nicht ich bin noch vor genau elf Parts bin ich ja mit dem Boot hierher gefahren nein für elf Parts für genau acht Parts oder sowas bin ich mit dem Boot her gefahren ich frage mich ob das noch dort ist wenn ja das wäre doch vollends geil wenn ich das noch hätte und noch ein Türchen für das Zauntor Idiot jetzt habe ich ein Huhn so jetzt komme ich nicht mehr raus BAM ja jetzt habe ich ein Huhn so ein Mist wieder dringend in der Kräger entgegen genau es ist scheiße ich habe ein und das wird mir sein es ist Klaus das ist Kläschen mit Sören ich hasse diese Frame einbrüche ihr bitches der scheiß Fremd 6 doch lieber mit Bandicam aufnehmen um Joke des Jahres Bandicam brauche ich einmal zu und jetzt sehen wir das hier etwas glas fertig geworden ist und das sohn ist wieder da und es dreht sich und es dreht sich und es dreht sich und es dreht sich das sohn hat sich gedreht das sohn hat sich gedreht das sohn hat sich gedreht k es sollte nur ein kleines Christian werden für die Farm und nicht zu einem Welt bewegen das Haus wir sind schon aber jetzt kommt es nicht mehr kleine Maus es ist auch fertig das Kurs Schwarzpulver wo ich es ist dunkel ich könnte auch übernachten ich habe keine Wolle noch mehr Stücke machen für ein weiteres Tor zu ich hab's gesagt ich kann mich ruhig strafen sind also die Kuh die Kuh, die Kuh, die Kuh... was braucht man langsam mal essen denn ich ich hab kein Essen mehr und ich verhungere und ich habe noch Fleisch ich bin so geschlau die Kuh ich sollte wirklich mehr lernen und ja genau lernen ha 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 so pflegen wir hoch und schlachten hier ein paar Zombies die Kuh so level 5 bin ich schon längst scheiße hier ist ein Enderman scheiße hier ist ein Enderman wenn wir euch angriffen bin ich sowas von im... ach schluch schluch ja Bumschütze fuck fickt euch ja wow das ist erinnert fuck lol ich bin tot das ist scheiß Bumschütze die Nerven zu schluch 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 ich hol das Schwert schluch schluch und mein Helm mein lieber 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 Helm so sollte man das durch eine Eisentür wechseln jetzt gehen wir hier mal schlafen wenn es überhaupt möglich ist weil letztens in der Aufnahme die was ich nicht hochgeladen habe ich kriege dann wieder auf den Aufnahmen passt beginnern ja ja ja